jo leute was kommt zu einem neuen video hier auf meinem kanal und somit auch wieder herzlich kommen zu wenkio folge 2 tatsächlich wir starten einfach direkt rein und hoffen dass wir gewinnen und ja wie gesagt vielleicht gewinnen wir wie gesagt setup ist bei mir jetzt ein bisschen anders das werdet ihr wahrscheinlich im stream gesehen haben wenn nicht schaut euch den stream gerne nochmal an stream war sehr lustig also weiß ich also aus meiner sicht weiß ich halt nicht ob der lustig war aus meiner sicht ist halt gerade mittwoch deswegen ich nehme gerade für samstag auf weil die videos für samstag waren noch nicht fertig und ich hasse diese gegner jetzt schon auch auch mag die gegner kommt nicht aber egal noch bin ich erster noch bin ich erster ja wahrscheinlich ist klar der ja bei dem wie konnte er mich gerade killen obwohl ich hinter ihm stand also bei mir stand ich ja wieder zurück hinter ihm bei mir hatte ich so die sicht dass ich hinter ihm stehe ich stand hinter der wand hat sogar gesehen ich stand hinter der wand wo ja bixer Ja, mein Dessklipp Also mit Schiff kann man zielen, dumm ist das denn? Ah, hier Sparking Sprites, das ist glaube ich besser Ja okay, ich habe den gerade nicht gesehen Okay, eine Minute dreißig Eine Minute dreißig ist noch Game Time Ja Ey Digga, ich schwörs euch, manchmal ist dieses Game einfach so unnötig Aber ich spiel's halt gerne Ich zock's halt gerne Ist ein kleines, dussiges Game, so zwischendurch Ja Wahrscheinlich killt er mich instant, alter Was gibt's denn noch für Waffen? Das gibt's noch ne Schock Sniper und ich glaube die Scar halt Auch bin ich gut dabei Ich glaub die Runde geht wirklich auf mich Okay, jetzt kann's stressig werden tatsächlich Jetzt kann's ehrlich gesagt ein bisschen stressig werden mit der Runde Die dürfen sicher jetzt beide am besten Okay, ja doch, die Runde geht an mich Jawoll Erste Runde gewonnen Easy Ja, sechs Headshots, zehnmal gestorben und neun Kills, alter, geil Da gehen wir doch direkt mal in die nächste Runde Einfach fein Ja, wir könnten halt die hier noch kriegen, aber Ich level tatsächlich selber ein bisschen Also, so leveln im Sinne von Ja, level halt, ne Geh mal weg, alter Wie wäsch ich nochmal ne Granate mit F, ne Wär lustig, wenn ich jetzt jemanden getroffen hätte Boah, alter, woher kommt die, alter Yo Woher kommt die jetzt auf einmal Hä, wo, wo Wo, hä Ja, moin, Hacker Ja, moin, chillig Einfach mal kurz Hacker in der Lobby Chillig Ja, Hacker Ach, Digga So schlecht, alter Warum muss man in so nem Game hacken, Digga Man, man hittet den ja auch nicht Man kann ihn nicht mal hitten Ja, okay Alles klar, Digga Wie ekelhaft will man spielen, ja Vielleicht kann ich da irgendwie ne Granate hochwerfen oder so Ja, so ekelhaft, Digga Warum hackt man in so nem Scheißspiel, Digga Ey, nee, alter Wirklich Leute, ich würd sagen Das war's mit der Folge Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Haut rein, bis zum nächsten Mal Bis denn Tschüssi 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 Abonn Tschüssi T Tschüssi Tschüssi T